Ihr Assis Ich bin noch da, ich bin noch da Also, bitte Schau im Winterjacken zu Time to get real Initiiert Großartigkeit So, da sind wir wieder Oh, die letzte Perle Verbindungsprobleme nehmen Und zack Tritt durch die Tür Und triff Oddsok Crypts of Tarot Triff Oddsok Okay, dann müssen wir wieder nach links Da war ja glaube ich die Heimat Oh fuck, alter Was war das denn heftig Aber der jetzt Boah Ja, es kommt hier bestimmt so ein Endboss Ne, wir kriegen jetzt erstmal den, oder? Wir hoffen es Sieht gut aus Boah, guck mal auf der Wand hinten sind immer noch die ganzen Sticker Vom letzten Mal Jo man Oh, jetzt kommt der Cutscene Flipper im Nebel Na dann mal rein da Los geht's los Können wir uns jetzt erstmal zurücklegen Und die unglaublichen LittleBigPlanet Cutscenes genießen Yeah Macht Zeug für Sachen bereit Bringt alles in Position Träumt den unmöglichen Traum Das ist die Dann hast du heute den Besten Auf jeden Ohne Scheiß Ja Ja, ich bin in der Cutscene sehr gut Was für ein Klassiker Ach Mist Boah, hast du Beschwerde an LittleBigPlanet geschrieben oder was? Ja Ich verstehe Was war das? Ist da jemand? Zurück Eine meiner Rollen konnte auf Karate Halt Ist das? Yeah Ja, ja Wirklich Darf ich vorstellen? Der Star von Bühne und Film Stoffknäuel Seht euch an Das perfekte Filmduo Die Chemie stimmt Oh 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 Stangen Hier ist es nicht sicher Vorsicht Boah Kotze Nein Das ist dazu nicht im Skript Zum Glück bin ich ein Meister der Improvisation Stoffknopf Du gehst zurück zum Sumpf Wir treffen uns dann dort Na toll Bist du wieder bereit fürs Rampenlicht? Hm? Haha Haha Der Kopf Ich komme nicht nach Ich hatte ja auch gerade diese Skelett gehabt Haha Ja Gut, da werden wir jetzt wahrscheinlich alle drei Ortzock spielen müssen, oder? Um zurückzufinden oder so ähnlich Irgendwie müssen die den ja jetzt erstmal einleiten Das wär geil Das wär's geil Da können wir uns jetzt erstmal wieder alle schön einkleiden Erstmal einleiten Oh ja Oh wie cool Also Welcher bin ich jetzt gerade erfährt? So ich würd sagen wir starten die ganze Sache erstmal dass wir uns hier wieder verkleiden und auch unterscheiden können Ui Auf jeden Fall So machen wir uns erstmal komplett nackig Ach du Scheiße was ist das? Okay Das ist geil Das ist geil Creepy Alligator Kostüm Boah Ich mach so'n Kann man hier so'n crazy Frosch machen? Alter auf jeden Wir müssen uns ein bisschen absprechen Wir müssen uns ein bisschen absprechen da wir hier nicht so viel haben Wir müssen uns ein bisschen absprechen Das lassen wir aber weg Zum rennen drückst du den linken Stick in die gewünschte Richtung Ohohoho Wow Wie cool Wir müssen uns einsetzen Voll geil oder? Ohoho Ohoho Hier guck mal ich hab'n Cowboy Voll cool Okay los geht's Leute Hui Oh oh shit Oh shit Oh die rad tot Ah ne da nicht Ne Wow Wooooow 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 Lol ich geht nicht durch Wow der wird ganz schön schnell ab alter Voll Jumping Drunnen ja Alter kannst du immer durchheizen das scheiß level ich seh mich gar nicht Ich renne einfach nur und hoffe, dass ich an der richtigen Stelle drücke. Hä? Lol, nein! Wir müssen nach unten, wir müssen nach unten, nach unten! Drücke den linken Stick zum Beschleunigen. Hä? Cool! Ah, ich bin nach unten nicht! Hä? Du musst im richtigen Zeitpunkt, damit du nach hinten geflippt wirst. Und eigentlich müssten wir auch noch nach rechts, weil da waren Punkte geblasen. Ah, ich bin wieder mal der einzigste, aber was? Naja... Ja... Ja, bin ich. Laufe weiter, Mann, hier! Nein! Achso, dort! Da rein! Nee, ich trau mich nicht. Bewege deinen Arsch! Das sind wir ja wieder! Wo bin ich denn hier mit meinem Cowboy? Nein! Oh, lol! Ich hab das Ding einfach mal übersprungen! Mit meinem Skill! Oh, fuck! Wow, wow, wow! Und tschüss! Und runter! Nein! Und tot! Nein! Nein! Tja, da verreckt er auf einmal hier, oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ist das das Level, was wir auf der Gamescom gezockt haben, oder? Ja, stimmt, das ist doch der, oder? Nein! 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 Na, da ist er auf einmal weg hier, der Pro-Player! Auf einmal, ne? Scheiße! Noch führig! Warte, 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 nein! Ehhh! Nee, scheiße! Das macht echt Laune, Alter! Das blöde Vieh! Echt lustig! Das ist doch der Gamescom-Level! Oh, fuck! Nein! Wuh! Jetzt bin ich wieder da! Ja! Der Punkt der Caption! Oh Gott! Ich bin doch noch mit dabei! Ich drück ohne Mist! Ich drück, Alter! Nein, da bin ich gar nicht! Oh! Da war ich der Erste! Ich bin der mit dem Cowboy! Der sticht immer so aus der Masse heraus! Oh, fuck! Und... Ich stehe gar nicht durch jetzt! Ich lauf einfach weiter! Tschüss! Ihr Motherfucker! Nein, ich sterbe! Oh, guck mal, was ich eingesammelt hab! Und wir müssen noch den Crap hier einsammeln! Achso! Nach vorne gefilbt hat... Oh, fuck! Oh, fuck! Ich bin voll in die Abgassoße! Oh, fuck! Guck mal, da sind... Oh mein Gott! Die brauche ich! Nein! Yeah, boy! Wartet auf mich! Okay! Aufgeschissen auf die einzelne Blase hier! Das hält nur auf! Niemals! So, und jetzt? Nicht sterben! Los geht's! Einfach draufbleiben! Oh, shit! Oh, das fällt in sich zusammen, Leute! Oh! Das war... Ja! Nein! 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 Oh nein! Oh, die Inkompetenz! Nein! 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 Nimm jetzt erstmal! Die wird fast durchgehalten und dann sind wir hintendom gestorben! D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d! Ah, vr! Kannst du schön Blasen, ja? Ja! Ja! Ah, fuck! Stimmt! Fuckin' Wandsprung! Oh! Oh! Nein! Oh fuck, oh alter. Ach so, gleiten lassen. Aha. Ich hol' erstmal die Blasen hier, ne? Hol' mal die Blasen. Okay, ähm... Ah ne, fuck, ich bin ja fast dran. Oh fuck! Ah! Nein! Oh, what? Hä? Ich blick nicht durch! Oh fuck, oh fuck! Nein! Wir müssen das gleichzeitig machen, Leute! Okay, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei! Ja, süß! Ich hab's! Ich bin noch da, ich bin noch da! Also, bitte! Ich schau' im Winterjacket zu! Bam! Oh, Zombiehände! Wo bin ich? Alter! Weiter geht's! Wie geht's? Wie geht's? Wie geht das? Einfach gleiten lassen! Oh, alles geht kaputt! Oh Gott! Lauf! 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 Gleiten lassen! Wie geht denn gleiten lassen? Einfach gleiten lassen, nichts tun! Flipper! Alter! Herzinfarkt! Oh Gott! Aber ich hab's gewonnen! Juhuu! Aber es war voll lustig! Nee! Oh doch! Fuck! Du hast gewonnen! Verdammt! Ja! Fuck it! Miss! Leider interessiert es kein... Na doch! Wört im Topf! Poliert alles ordentlich! Ja, das glaub ich dir sofort! Geht an die Grenzen! So, jetzt haben wir ja im Grunde das Einleitungslevel von dem Vieh! Stimmt! Da müssten wir jetzt normalerweise ja... Irgendwie ein Bossfight oder so bekommen! Glaub ich! Sollte! Und dann eine Einleitung zum nächsten Gebiet! Wo es dann entweder den Fetten gibt... ...oder den Vogel! Oh, schon über den Fetten! Bestimmt den Fetten! Bestimmt! Na, eigentlich ist der Vogel ja extrem cheatend! Ich weiß gar nicht, wie weit kannst du denn da fliegen? Fliegt der unendlich? Oder lässt der immer nach? Der fliegt schon krass hoch! Weiß ich gar nicht! Da kannst du... ...bescheißen! Wo ist denn? Doch du musst gehen! Nimm die Brücke zur Zikurade! Ah, jetzt kommen wir da lang! Also doch, okay! Der Fette! Tot hier kannst du deinen Charakter ändern! Der Traum eines Schauspielers! Oh, unser Traum eines Schauspielers! Ich möchte wieder Sackboy sein! Ist doch cool! Wobei wir müssen jetzt eh diese Ebene da hoch... Also bleiben wir erstmal so... Den Fliegel weg! Der, 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 der... Wow, wie schnell der ist! Voll geil! Wir müssen irgendwie auch nach hier links! Weil hier oben... Ach, warte mal, warte mal! Warte mal, warte mal! Warte mal, bleib mal, bleib mal, bleib mal! Ui! Warte kurz... Wie wechsle ich gleich nochmal hier... ...den Charakter? Kann ich das hier ingame irgendwo? Ne, ich glaube da musst du extra da hinlaufen. Scheiße, weil wir müssen... ...n bisschen komisch... Warte mal... Achso, der hat das gar nicht. Diese komische Waffe nach da oben schießen... ...damit wir nach da oben teleportiert werden, um diese Münzen zu bekommen. Oh... 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 Aber wenn's das hier nicht gibt, dann... Oh... 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 Oh ja... Ja, Mann! Ja, Mann! Hallo? Oh mein Gott! Oh... Oh... Der wieder! Newton! Und zwar... Enoch... Oh... Tau... Bis zum nächsten Mal.